Camille de Roussillon und Madame Tromont, das glaube ich nicht. Oh, Daniel, was für eine eindrucksvolle Uniform. Gehören die alle wirklich dir? Wo hast du denn die ganze Dekoration gewonnen? Im Kissen schlachten? Madame, es ist sicherlich für Ihnen, dass man das Voltaum einen Schlacht nennen konnte. Aber jetzt erinnerst du mich an den Soldaten aus dem Lied, der immer exerziert, aber niemals ausrückt. Oh, Daniel, abgeschaut, guck, die schmucken Reiter, endlich einer wollte Braut. Oh, da sprengt er weiter. Oh, ja, bitte lass ihn nicht. Kann, als man dir trage, Guck mir, guck, nur ins Gesicht. Blitz mit allen Augen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020